Bekanntlich gibt es zig Möglichkeiten, sich körperlich fit zu halten. Das kann man ganz privat mit Joggen oder Fahrradfahren machen. Wieder andere lieben die Gemeinschaft, haben sich einer bestimmten Sportart verschrieben und sich dazu einem Verein angeschlossen. Wer kann eigentlich wie und wo eine dazu notwendige Sportstätte beantragen? In puncto Umzug kann das Sachgebiet Sportstätten der Stadt Zwickau sicherlich absolute Insider-Tipps geben. Immerhin war es schon am einstigen Biel, am Alten Steinweg, im Verwaltungszentrum in der ehemaligen Kaserne und im Rathaus untergebracht. Nun gab es erneut einen Umzug, diesmal in den Klinkerbau hinter dem Johannesbad. Boraussichtlich sind wir jetzt hier erstmal im Mehrzweckraum im Siechenhaus bis Anfang 2021 und mit der Fertigstellung des Neubau von der GGZ werden wir dann dort in die Räumlichkeiten mit einziehen. Es gibt aber neben dem Umzug noch anderes und Neues zu vermelden, was für die Nutzer von Sportstätten interessant ist. Durch die Zusammenlegung der städtischen Bäder GmbH und dem Sportstättenbereich der Stadt Zwickau in dem Sportstättenbetrieb haben wir eine neue Internetseite sport-zwickau.de und auch neue Mailadressen sport-zwickau.de und auf diesen Seiten findet man auch die Ansprechpartner mit Telefonnummern und Mailadressen. Um eine Sporthalle oder einen Sportplatz zu mieten, trifft der Antragsteller dann auf Kai Ullmann. Auf dessen Schreibtisch liegt die Vergabe der jeweils rund 20 Hallen und Plätze im Stadtgebiet. Die städtischen Sportanlagen kann jeder nutzen, wenn natürlich die Zeit frei ist und nicht anderweitig belegt ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Sportstätten hauptsächlich den Zwickauer Sportvereinen in erster Linie zur Verfügung gestellt werden. Aber es können auch Privatpersonen, Firmen, Betriebssportgruppen Sportanlagen beantragen, die sie nutzen können und alles mögliche, aber es ist immer eine Frage der Belegung. Und die Sportanlagen in der Stadt sind sehr gefragt und auch sehr stark schon frequentiert. Und da ist es nicht ganz so einfach, am Wochenende oder der Woche über mal eine Halle noch zu bekommen. Angebot und Nachfrage scheinen sich also nicht die Waage zu halten. Ergeben eine Gleichung oder Ungleichung? Ich würde sagen, eher eine Ungleichung. Wir haben sehr große Nachfragen, insbesondere bei den Sporthallen. Sportplätze kann man ungefähr eine Gleichung setzen, aber bei den Sporthallen ist schon eine sehr hohe Nachfrage. Und wir können nicht alle Trainingszeiten, die angefragt werden, bedienen. Das ist leider so. Wir müssen auch mal Kompromisse finden oder neue Anträge ablehnen, weil einfach die Hallen wirklich extrem voll sind. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch zwei, drei neue Sporthallen in der Stadt? Wir würden uns darüber natürlich sehr freuen. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Finanzierung. Zur Finanzierung muss klargestellt werden. Egal ob und welcher Spielklasse der jeweilige Verein angehört. Die Kosten sind für alle gleich. Etwas unterschiedlich ist es bei Unterstützungen für Wettkämpfe, die auch auf Ullmanns Schreibtisch liegen. Es gibt die Sportverdrechtslinie der Stadt Zwickau, die den Zwickauer Sportvereinen gewisse Zuschüsse ermöglicht. Insbesondere, wie Sie es angesprochen hatten, Wettkämpfe, Trainingslager oder bei den Vereinen, die auch eine Sportanlage gebracht haben, Betriebskostenturchschüsse oder Personalkostenturchschüsse für Talentetrainer oder ähnliches Platz war da. Das ist möglich. Gemessen am Umfang dieser Unterstützungen nimmt Zwickau über die Grenzen Sachsens hinaus, insbesondere im Osten, eine führende Stellung ein. Daraus sollten wir aufbauen und können wir auch stolz sein. Und die Vereine, denke ich, wissen es auch gut zu schätzen.